Die sind meistens in Sumpfgebieten. Oder normalen. Ja, ich bin unterwegs. Ich fahr jetzt mal. Entweder normal oder Sumpf. Ja, aber am meisten sind die im Sumpfgebiet. Also wo die Eichenbäume sehr viel vorhanden sind. Am meisten sind die aber im Sumpfgebiet. Also die größte Wahrscheinlichkeit, das zu kriegen, ist im Sumpfgebiet. Da kann man aber auch Glück haben, manchmal in anderen Gebieten. Aber da sind die dann immer sehr selten. Ich habe die zum Beispiel schon mal in ganz komischen Gebieten gefunden, wo die eigentlich noch nie sind. Da hatte ich sogar relativ viele. Aber das war noch in Techke, das war noch nicht... Das war nicht in der... Die Leute, knapp 300 Meter von unserem Haus weg ist es eine Wüste. Was ist da? Eine Wüste. Eine Wüste, schön. Ich habe keinen Bock auf eine Wüste. Ganz ehrlich. Allerdings habt ihr Faden irgendwo? Puppen? Ja, drei. Das ist viel zu wenig. Und wo sind die... Dingens Seeds? Hast du die jetzt wieder mitgenommen oder was? Wo sind die Melonen Seeds? In der Kiste. In... Da, Pumpkins. Nee, Pumpkins. Pumpkins wollen wir nicht. Die sind ja oben in der Oberkiste. In der ersten Reite vorletzten. Ach, da. Ja. Gut. Dann bauen wir ein richtiges Feld direkt. Weil das kotzt mich jetzt schon an. Ich schneide schon, wo das die Zeit vorgeht mit dem Aufnehmen. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind. Also, ich habe schon einiges. Stündchen vielleicht? Also, ja. Über eine Stunde. Über eine Stunde. So. Wo bauen wir denn unser Feld hin? Kann ich mal ein Eisensperr machen? Nein, kein Eis. Doch, mach mal ruhig. Bringt ja nix. Wir müssen ja weiterkommen. Dann machst du mir aber bitte direkt auch nimmst, wenn es geht. Jo. So, übrigens hat sich die Crops hier gelassen. Ähm, nee. Ich baue mal wieder ab. Dann können wir nämlich die Melonenpflanzen schon mal. Ich hasse Melonen, habe ich das schon mal gesagt? Ähm. Die wollen also wenig Nahrung. Auch für ein Anbau? Ja, ja, stehen. Ähm, wenn ihr die abbaut, die Melonen, wenn die ausgereift sind, immer mit rechten Maustaste auf die Crops drücken. Bitte. Dann braucht man nämlich nicht mal neue Pflanzen und nix. Coshi. Hm? Ja? Bitte. Schaut an dein Inventar. Ah. Jo, danke. So. Dann werden wir mal eben neue Crops bauen. Also wenn du zufälligerweise Kühe finden solltest, ne? Hm, es wird gerade Nacht. Ich habe kein Land in Sicht. Ich schwimme irgendwo im Ozean rum. Cool, das mache ich auch immer. Wenn ich mich rumdrehe, ich sehe nix. Wirklich drei, gar nix. Und den Waypoint? Habe ich gesetzt. Ich bin jetzt fast tausend Meter vom Haus weg. Wir haben auch noch keine Schafe. Ne, habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also wir müssen es noch durchmachen. Ja, wir haben drei Faden. Aber das bringt uns natürlich sehr viel, weil ich noch keinen Flax haben habe. Aber ich weiß auch gar nicht, ob Flax von welchem Mod da war. Ob der überhaupt da, ob es überhaupt momentan Flax gibt. Sag doch, dass du Faden brauchst. Habe ich. Ach so, habe ich nicht zugehört. Super. Oh, Land in Sicht. Habe ich ein paar Mal gesagt, weil ich war mit Faden, kann ich ja keine Wolle mal craften, ne? Seit wann geht das? Seit Vanilla Minecraft? Oh. Also seit Alpha vielleicht? Seitdem es Wolle gibt. Ich glaube ja. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bestimmt wird irgendein Abonnent das Wissen. Oh, ich habe Erdöl gefunden. Öl hast du gefunden. Erdöl? Wir haben nur noch neun Eisen jetzt. Ich habe doch 30 schon begrindet. Durchgemacht. 13 Eisen haben wir jetzt. Okay. So, das nächste, was wir machen, ist Zinn. Da. Das kann ich ernst sagen, diese Karte, ey. Echt nicht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Rubber Trees. Das wäre echt extrem wichtig, dass du mit das Wissen hast. Ja, wie auch sie haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Das ist ja ein kleines Problem, man könnte ich ja nachher wirklich porten. Also dafür, für solche Sachen würde ich auf jeden Fall das Porten ausnutzen. Zack. Land in Sicht. Ja, das setzen wir auch jetzt da rein. Kann man schon mal vorbereiten, alles. Und wir müssen auf jeden Fall ein Dorf suchen. Weil meistens gibt es in Dörfern, wenn wir Glück haben, Bienenstöcke. Sagst du auch das, ich bin jetzt Schöcke erbauen? Nein, da gibt es Bienenhäuser. Entschuldigung, nicht Bienenstöcke, sondern Bienenhäuser. Das ist eigentlich das Gleiche. Aber es sind auf jeden Fall die Dinger, womit man die Bienen züchten kann, unseren Zeug. Was ist jetzt mit Faden? Wolltest du mir nicht Faden besorgen oder so? Ja, aber ich bin schon so fasziniert von der Höhle. Hast du schon wieder vergessen, dass mir Faden zu besorgen? Ja. Ich weiß ja nicht, was genau hier falsch läuft, aber hier hat es nur Ingen. Ist das Robber? Ne, das ist keine Robber. Robber Trees. Kennst du Robber Trees? Weißt du, wie die aussehen? Mein Schiff ist gut. Weißt du, wie Robber Trees aussehen? Ich weiß, wie Robber Trees aussehen. Die sehen bestimmt aus. Ja, so sieht es aus. Sie sehen bestimmt aus. Ja, und wir haben schon ein recht großes Feld, muss ich sagen. Dafür, dass das mit Crops gebaut ist, auf jeden Fall. Ja. Weil das Schöne ist halt, du brauchst nie wieder Samen. Aber der Nachteil ist, du kriegst auch keine Samen mehr. Ne? Hast du die falsche Taste schon wieder gedrückt, oder was? Ja, ich wollte das auch, die muss ich alles machen. Das macht mich nur irre. Noll. Ey. Join and left. So. Na gut. Ich hoffe, dass es für euch nicht zu langweilig ist, was ich hier gerade mache. Dass ich jetzt gerade nur hin und her springe, weil uns nun mal jetzt gerade alle Ressourcen fehlen. Und hier anfangen halt alles so durchzubrennen langsam. Bin effektiv, ich 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 bin effektiv. Obwohl, die gerade ein paar komplexer. Aber demnächst wird dann auch meine Ansicht noch dazu kommen. Ja, ich denke, dass wir das dann auch noch machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles so hinkriegen. Ah, wir haben das schon Slime Balls. Ja. Ich muss mal was aus Slime Balls machen kannst. Sticky Piston. Ich will die Wall Jump Boots haben. Ich habe keinen Schwer. Holy Shit. Es gibt Wall Jump Boots. What? Zwei Spawner. Fick dich, zombie, fick dich, zombie. Fick dich, huhn. Fick dich, zombie, fick dich, zombie, fick dich, zombie. Ja, sei doch dein Hobby. Fick dich, zombie. Also ich sage gerade extra nichts, damit ihr einfach hören könnt, wie ihr immer wieder sagt. Fick dich, zombie, fick dich, zombie, fick dich, zombie. Ey, geh deine Familie, hol deine Familie, aber nicht mich. Verzieh dich. Weg. Alter. Ich gebe dich jetzt gleich dir. Der habe ich, sag's dir, ich tickle dich aus. Oh, das könnte ich mir stundenlang anhören. Definitiv. Definitiv, das ist einfach nur lustig. Jetzt kommt der schon wieder, ey. Ich habe dir gesagt, lass mich in Frieden, ey. Ich habe keine Familie, diese Zombies, ey. Alle, alle, alle Skellerkinder, ey. Definitiv. Vor allem finde ich keine Robatrins. Also ich kann sagen, er ist gerade total am... Abpacken. Ne, ne, ne. So. Oh, ich habe Hunde. Habe ich Knochen? Ja, ich habe auch keine Knochen mehr, also. Und Hunde sind irrelevant geworden, glaub mir. Egal. Du kannst besser Katzen mitbringen. Scheiß auf deine Katzen. Du hast doch immer die Katzen geholt. Das war immer so ein... Da war ich noch un... 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 Unentschlossen. Bist du das heute... Äh, nicht immer noch? Wolfi. Was? Ist er das nicht heute immer noch? Ich habe drei Knochen. Definitiv. Also... Naja, er ist ja auch unsere Bauschlampe. Ah, du Scheiße! Zweck, hier! Verschwinden! Oh. Ja, ganz sauber geht's, Michael, nicht mehr, oder was? Wie, Michael, geht nicht mehr. Boah! Ach, du... Ren... Ach, du Scheiße! Jetzt muss man daran denken, jetzt fängt der auch schon an damit. I was lame by Cave Spider! Oh, boah, ey! Und wahrscheinlich kommt jetzt von hinten gerade bei ihm ein Creeper. Fick dich, Zombie! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, ey! Er schreit gerade, fick dich unter das Maul, Onkel Zombie! Alter, ey! Ich... Ich bekomme Paranoien, ey! Ich bin auf einer Isle, ey! Was holst du? Ich höre meine Sachen. Du kommst dann wieder, oder was? Hast keinen Bock mehr nach die Cave, oder wie? Renn, Renn! Soll ich dir... Hätte ich dir nicht besser mein Schwert mitgeben sollen? Nö, ich spring... Ich spring dir durch. Wenn du meinst. Ich hab meine Kiste verloren. Äh, Kiste. Wow! Fick dich! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Du wirst jetzt dich auch ficken! Alter! Sag mal, du bist der Minderjährige von uns. Du solltest eigentlich nicht so eine schlimme Zunge haben. Alter, er hat... Er macht mich nach. Er diskriminiert bei der Aussprache. Alter, das... Das Game will mich da ver... Höh, creeper, 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 creeper! Ne, das ist ein Spiel, ey! Sag das doch! Fick dich, spinne, fick dich, spinne! Scheiße, ich hab ein Problem. Ah, ich hab ein Rollerz bei. Wer hat wieder normal, du dumme Spinne? Ich bin... Ich bin gut, ich bin gut, ich bin Kirschi. Regenarion, Regenarion, Kirschi. Ist ich Kirschi-Taste? Du hast... Du hast nicht den Kirschi, ähm... Der Kirschi-Slang? Nein, nicht den Kirschi-Slang. Du hast nicht den Kirschi-Skill. Das geht nicht. Genau, du bist ja bloß Kirschis Bauschlempe. Er hat so viel Materialien hier in den Wänden gelassen. Warum sagst du dir das alles in den Wänden drin? Ja, ich hab's ja gesagt, aber meine Bauschlempe wollte nicht arbeiten. Deine Bauschlempe, du bist meine. Ach, hi, Zombie. Da war ich doch auch mal. Hab hier nicht meine Liege gesehen. Wiem, eigentlich ne gute Idee, um Faden zu kriegen. Oh, da hinten ist ja noch ein Cave-Spawner. Ein Spider-Cave-Spawner. Ja. Bist du bei mir? Ja, ich bin zwar in der Höhle, aber ich glaube nicht bei dir. Ich baue gerade einfach mal mit dem Schwert ein paar Fäden ab. Ja, viel Glück. Ich meine, ich hab schon sechs. Ich habe noch einen. Ich habe einen. Ja, ich glaube, jetzt bin ich zumindest in der Nähe von dir. Aber ich bin schon Schüßern immer noch. Ich fick dich unter das Maul, du Unkels Schleim. Paranoid nach Schleim. Ich fick dich unter das Maul, Unkels Schleim. Alter, mir kommt da so gewisse Gedanken hoch. Alter, du Scheiß-Gelächter. Hast du nicht mal alle Knochen? Boah, schon wird doch ein Schleim. Gut, ähm... Alter, darf ich die Nuke-Tinten? Dann habe ich massig filetierter Tintenfisch. Dann hast du gar nichts mehr. Och, Tintenfisch. Glaub mir, dann bist du tot. Du wirst nicht mehr in dieses Gebiet reinkommen. Ich bin auch nicht tot. Das Problem ist nämlich, inzwischen ist es so, wenn du einen Nuke zündest, dann wird das Gebiet verstrahlt. Nur da, wo ich bin, ist das nicht mehr das Problem. Ich bin so schön verstrahlt. Ja, definitiv. Wie ein Strahlemann. Ja, du bist ein Strahlemann. Du hast es erfasst. So, ich werde mich jetzt erst mal darum kümmern, dass wir mal ein paar Rubber-Trees kriegen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich sage dir, da fängst du nix, Alter. Du bist wahrscheinlich einfach nur in die falsche Richtung gegangen. Ich bin schon 1600 Meter weg. Wie viel? 1600 hat er gesagt. Jetzt habe ich mich nicht verhört. Nein. Und ich fehle einfach keine Inseln. Oh, drei Inseln. Alter! Das ist auch immer das Beste. Asterix, BLK, left the game. Und genau, Optimen. Genau, Optimen. Oh, scheiße. Und join the game. Also, ich muss sagen, es läuft relativ stabiler. Wir haben auch noch gar keine Maschinen gebaut, ne? Oh, ich habe das überhaupt einen Ernst. Welche Taste war das denn nochmal, wo man die Map groß machen konnte? Ja, ich frage mich. X? Nein. Nee, geht nicht mehr. Da machen es... Geh mal... Geh mal bei Config und stell das mal alles auf Default. Nee, das geht auch nicht. Ähm, das wurde komplett umgeändert, ähm... Wieso, ich habe es so umgestellt. Was ist denn die Taste Slash? Äh, 7. Richtig. Nö, das funktioniert nicht. Oh, da ist ein Gletscher. Auch nice. Oh, ich habe mein Boot gerade zerstört. Nicht so nice. Und ich bin in der Höhle. Bist du an den Gletscher vorbeigekommen, Fadolein?